BAM! Servus Leute! Heute habe ich mich mal herangemacht, die Ketanleiste zu erneuern, weil innen ist wieder Feuchtigkeit vom letzten Regen. Mehrere Tage hat Regen, der war ja schon wieder fast ein Jahr gestanden. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, das mache ich neu, komplett heute. Gerade wenn es so heiß ist, die Sonne brennt richtig runter. Also Regen wird es erstmal nicht geben, also habe ich keinen Stress, bloß heiß ist es. Aber ich mache es am liebsten wenn es heiß ist, weil dann ist der Gummi auch weich und dann geht es auch gut ab. Also vorne habe ich schon abgeschraubt. Neuen Gummi habe ich auch schon gekauft, der liegt zu Hause. Muss ich noch mal nach Hause fahren, den später holen. Kommt es mich voll an, dass ich noch mal los muss. Aber hinten ist schon abgeschraubt oben, wie man sehen kann. Hier bin ich gerade dabei. Bis hier runter und dann ja, dann schau mal weiter. Schraube ich jetzt mal ab und dann sehen wir uns vielleicht nachher wieder. Bis dann. So, wieder da. Hier habe ich teilweise ja schon fast alles ab. Muss ich noch ein bisschen sauber machen und dann kommt ein neuer Gummi drum. Hier muss ich noch wegmachen. Der neue Gummi liegt schon hier. Und glaube ich zehn Meter, was ich damals gekauft habe. Wie schaut der aus? Eine Seite so, die andere Seite so. Und hier Doppel-Lippe. Und die kommt aufs Fahrzeug. Also aufs Blech. Also Gummiseite unten. Also die, ich sag mal, Nut. So rauf. Und das dann und vorher Kleber drauf. Sika, Flex oder Dika Sil. Muss ich noch gucken, wer hier ist. Ich habe beide da. Ja, das werde ich jetzt machen. Also das ist die obere Seite. Hier praktisch ist die Blechseite. Aber so rum. Mit einem kurzen Schenkel nach außen, mit einem langen Schenkel nach innen. Gut. Jetzt hier noch sauber machen. Und dann Kleber auftragen. Dann den Gummi drauf. Und dann die Kedernleiste noch sauber machen. Und dann wieder zusammenschrauben. Hoffen, dass es klappt. So, bevor ich das jetzt verschließe. Ich hoffe, man kann es sehen. Hier ist nämlich der Teil, wo innen Wasser reinkommt. Das sieht man jetzt super, weil der Gummi weg ist. Und das Zika Flex ist weg. Und jetzt sieht man halt hier praktisch durch die Ritze des Holzes. Und jetzt zeig ich mal innen. Wie das innen ausschaut. Nach einem Jahr ungefähr. So. Jetzt ziehe ich hier rein. Und mache alles hin. Also wichtig. Nicht so wie ich. Naja. Einfach gesagt. Nicht so wie ich. Wo ich angefangen habe, das Ding auseinander zu bauen. Das ist ja komplett auseinander geflogen. Ähm. Da konnte ich wirklich nicht von außen abdichten, weil es dauernd geregnet hat. Also habe ich angefangen von innen her, es mal alles kaputt herauszumachen. Seht ihr in die vorderen Videos. Also müsst ihr euch die vorigen Videos reinziehen. Da von Anfang an da seht ihr, was ich gemacht habe. Und ich konnte fast nicht von, eigentlich konnte ich nicht von außen abdichten, ähm, weil es dauernd geregnet hat. Aber irgendwie musste ich ja anfangen. Dann habe ich halt innen angefangen, das alte rauszuhauen. Alter Holz. Dann, ähm, die Kassil in die Fugen zu spritzen. Also in die Überlappungen vom Aluminium. Und habe gedacht, äh, so kriege ich das dicht. Es ist ja halbwegs dicht, aber niemals ganz dicht. Und das ist jetzt, was sich recht. Deswegen darf ich es jetzt wahrscheinlich zweimal machen oder eineinhalbmal. Also bevor man sowas macht, von außen her gehen, komplett die Kedernleiste wegmachen und den Kederngummi erneuern mit neuem Sikaflex. Und dann in den Ausbau anfangen, weil sonst fängt er wieder bei Null an, weil es jetzt mal nass wird und wieder feucht und wieder kaputt. So wie es bei mir ist. Es ist nicht so schlimm, es ist ja nur ein Teil. Auf der anderen Seite habe ich schon gemacht, aber hier habe ich vergessen oder nicht mehr daran gedacht, dass ich hier nicht abgedichtet habe. Genauso wie mit dem Fenster. Das ist auch noch ein Thema, das muss ich auch noch abdichten. Aber im Großen und Ganzen immer erst, wenn man so einen Wohnwagen renoviert, ja, es ist einfach gesagt, kommt immer auf die Jahreszeit an. Ich war halt voll im Herbst, Regenwetter und ich wollte was machen, dann habe ich halt innen ausgehöhlt praktisch und von innen neu aufgebaut. Natürlich schon in die Fugen Silikon oder Sikaflex rein, dass es dicht ist, aber es hilft nichts, weil von außen muss es ja dicht sein. Von innen war es teilweise dicht, aber halt nicht so, wie es sich gehört. Und deswegen muss ich das jetzt nochmal neu machen. Jetzt war hier außen noch sauber, die Haut, die Reste weg, dann kommt, kommt, ich weiß gar nicht, ob ich es zeigen darf, für die Werbung gebracht. Also hier auf jeden Fall Sikaflex habe ich ein paar Mal da. Das ist auch Sikaflex. Auch Sikaflex. Hier ist Dekasil. Sikaflex. Ach, hat man gar nicht gesehen. Sikaflex, Dekasil und so weiter, alles da. Also wirklich dafür, also das Nehmen zum Abdichten, weil sonst fängst du, was geht es ja immer wieder mal an. Also das sind so die zwei Komponenten, die man für den Wohnwagen zum Abdichten braucht, definitiv. Und natürlich die Gummileisten, ganz wichtig. Also ich habe schon gesehen, dass wir hier die Gummis weg haben und dann Dekasil oder Dekasil oder Sikaflex hin und dann einfach die Aluschiene, also die Ketanleiste wieder drauf, das bleibt nicht dicht. Also ihr braucht auf jeden Fall den Gummi, den ich euch vorhin gezeigt habe. Der muss in Verbindung mit Kleber und dann kommt die Schiene drauf und dann wird es hingedrückt und zusammengepresst und dann ist es dicht. Und das mache ich jetzt. Mega geil, ich bin fast durch. Jetzt fängt es doch zum Regnen an. Ich hätte schubeln können, heute regnet es nicht. Es war so heiß. Ich habe jetzt noch das Stück hier, bis darunter sollte ich noch schaffen. Gas geben.